Hi Leute, ich bin es Albert von WindowsArea.de und wir zeigen euch heute ein kleines Smart Home Projekt und wir beginnen mit dem Licht, da ja auch der Startpunkt ist für viele Smart Home Ambitionen, die ihr vielleicht gestartet haben könntet. Was ich hier erworben habe, sind drei Produkte, die Windows 10 und Windows 10 Mobile zum Teil unterstützen und ich will hier ausprobieren, welches dieser Produkte eben am besten mit dem Betriebssystem von Microsoft kompatibel ist und vor allem ist das für jene interessant, die eben Windows 10 verwenden und unter Windows 10 auch Smart Home Capabilities haben wollen. Beispielsweise, wenn jemand an der Tür läutet, dann wollt ihr nicht unbedingt euer Smartphone rauskramen, wenn ihr am PC arbeitet, sondern wollt auch eine Experience auf dem PC haben und da fangen wir hier an mit den Philips Hue Lichtern beziehungsweise auch den LIV-X und dem Osram Smart Plus. Wir schauen uns an, welches dieser Produkte am günstigsten ist, welches am besten ist und auch welches dann auch mit Windows 10 und Windows 10 Mobile entsprechend am besten funktioniert. In der Mitte haben wir hier die Philips Hue Lichter. Das ist einfach auch der bekannteste Vertreter auf dem Markt im Smart Home Bereich, zumindest bei der Belichtung. Wir haben hier gleich das Starter Kit und das ist leider notwendig und ich sage leider deshalb, weil es ziemlich viel extra Hardware zu eurem smarten Home hinzufügt. Also wenn wir hier die Verpackung öffnen, sehen wir einerseits, dass wir hier oben ein Hub benötigen und das ist zwingend erforderlich, dass ihr eben mit eurem Netzwerk verbinden müsst. Hier ist ein DIMM-Schalter optional dabei und dann haben wir hier die drei Lichter. Das sind eben Farben, also Lichter, die Farben unterstützen. Die könnt ihr dann beliebig ändern. 16,5 Millionen Farben werden, glaube ich, unterstützt. Also ihr habt da ziemlich viel Auswahl, was das betrifft. Also die sollten eigentlich bekannt sein. Die sind auch relativ günstig im Vergleich zu anderen Anbietern. Dazu kommen wir aber gleich. Dieses Paket hier kostet normal etwa 150 Euro. Allerdings könnt ihr das bei dem einen oder anderen Angebot zwischen 100 und 125 Euro erwerben. Wir schauen dann weiter zu den anderen Anbietern und das hier ist LiveX. Dieses Unternehmen unterstützt Windows 10 und Windows 10 Mobile nativ. Wir haben hier auch eine iOS, Android und Windows 10 App, also direkt hier auf der Verpackung vermerkt. Das heißt, die Unterstützung von Windows 10 ist hier ziemlich prominent auf der Verpackung eben beschrieben. Und die ist hier in diesem Setup hauptsächlich, weil es eben diese offizielle Windows 10 Unterstützung gibt. Und nicht irgendwie, weil sie durch Qualität oder durch den Preis vor allem bestechen. Denn hierbei handelt es sich um die LiveX Mini White. Und eine dieser weißen Glühbirnen kostet fast so viel wie eine farbige Philips Hue. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die LiveX deutlich unter allen anderen Anbietern. Also die sind sehr teuer und ich hoffe auch, dass sie ein bisschen mehr bieten können, wenn sie schon Windows 10 Mobile unterstützen. Also ich beginne jetzt direkt mal mit der Montage der Smart Home Lichter und zwar direkt hier im Wohnzimmer. Hier im Wohnzimmer werde ich die Philips Hue platzieren. Und zwar deswegen, weil das die einzigen Leuchten sind, die Licht auch mit Farbe abgeben können. Und ich denke, am ehesten brauche ich das im Wohnzimmer. Und wie viele Alberts braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Offenbar mehr als ein. So, die Lichter sind jetzt drin. Ich kann jetzt ganz einfach den Lichtschalter betätigen und es werde Licht. So, und was wir als nächstes machen müssen, ist, wir müssen diese Lichter hier mit dem Hub verbinden, das wir an unseren Router anstecken müssen. Und dann können wir diese Lichter hoffentlich über unser Windows 10 Mobile Smartphone und über unseren Windows 10 PC steuern. So, und hier sind alle Geräte und Kabel, die wir für die Verbindung der Philips Hue brauchen. Das ist das Philips Hue Starter Kit bzw. Hub und das brauchen wir unbedingt einmal am Router. Und leider muss dieses, wie ich hier sehe, über Patchkabel, also über LAN mit dem Router verbunden werden. So, das ist übrigens ein handelsüblicher TP-Link-Router. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Modell das ist, aber auch kein, ein Archer MR200 mit LTE. Also das ist ein ganz normaler WLAN-Router, wie ihr ihn auch wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar in einem besseren Modell zu Hause stehen habt. Also das ist nichts Besonderes. Und so, wir stecken dann noch das Home Hub von Philips Hue in den Strom mit etwas Gewalt. Und jetzt können wir das Ganze auch direkt einrichten. So, und hier fängt der ganze Spaß für Windows 10 Mobile Nutzer an. Und zwar mit dem Suchen nach inoffiziellen Apps, die Philips Hue unterstützen. Ich habe euch hier gleich mal zwei Apps auf unser Windows Phone hier installiert. Und zwar Home Remote, die es auch für Android gibt und die ist wirklich phänomenal, kann man echt empfehlen. Und Hue Draw, also das ist eine eigene App für Philips Hue. Und was wir hier machen werden, ist, wir werden einfach die Home Remote App verwenden, die eine ganze Reihe von smarten Geräten unterstützt und so auch die Windows 10 Plattform einbindet. Also schaut euch das an. Hier ist eine ganze Liste an smarten Geräten, die eben hier über die Home Remote App unterstützt wird. Und wir müssen uns jetzt Philips Hue raussuchen. So, hier sind sie. So, jetzt begebe ich mich einmal zum Router und zu meiner Bridge, wo ich den Link Button drücken werde. Also ich habe hier drei Lampen erkannt, bisher auch nichts gemacht, außer eben, dass ich hier die Lampen eingeschaltet habe. Und ich probiere das jetzt direkt mal aus. Und zwar werde ich einfach mal das Licht einschalten und die Lampen versuchen zu deaktivieren. Überhaupt nichts. Doch, funktioniert. Perfekt. So, und ich kann hier jetzt die Helligkeit der einzelnen Lichter über die Home Remote App einstellen. Die Home Remote App hat allerdings nur eine sehr grundlegende Funktionalität. Und zwar, wir können hier die Farbe verändern. Das sieht auch ganz klasse aus. Und hier über die App am besten zurückgehen und hier die einzelnen Lampen auch einschalten. Also das ist wirklich super praktisch. Und jetzt stelle ich die Lichter hier mal alle auf rot. Weil mir das gefällt. Das ist bei mir zu Hause jetzt wie in einem Bordell aussieht. Ja, stört mich nicht weiter, sieht aber cool aus. Und das ist eben die Home Remote App. Und die finde ich hier richtig klasse, weil sie eben eine ganze Reihe von Diensten und Apps unterstützt. Es geht hier aber direkt weiter mit einer ganz offiziellen Lösung. Und zwar mit der LivX Mini White, welche als einer der wenigen Smart Home Glühbirnen einerseits kein Hub benötigt und als einziges Produkt Windows 10 und Windows 10 Mobile offiziell unterstützt. Die LivX Birne habe ich im Bad montiert und ab da haben die Probleme begonnen. Die offizielle LivX App für Windows 10 und Windows 10 Mobile wird noch unterstützt, doch in den Support Artikeln findet man keine Erwähnung mehr davon. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das WLAN-Signal der Glühbirne ist erst nach einigen Minuten sichtbar gewesen und das Lumia 950 kann einfach keine Verbindung herstellen. Es geht einfach nicht, was man auch versucht. Am PC ist es ähnlich. Ich kann den Laptop zwar per WLAN mit der LivX Mini verbinden, aber beim Hinzufügen der LED in der LivX App stürzt diese einfach ab. Am PC kann ich sie jetzt zwar steuern, wenn ich per WLAN mit der Lampe verbunden bin, aber das Ziel wäre eigentlich gewesen, die Lampe zum bestehenden WLAN-Netzwerk hinzuzufügen. Das klappt einfach nicht zuverlässig, beziehungsweise in dem Fall gar nicht. Ich habe das mittlerweile eine Stunde lang probiert und sehe auch nicht mehr ein, weshalb ich das Produkt dann nutzen sollte. Ich habe es dann in der folgenden Nacht nochmal probiert und die Einrichtung doch irgendwie hinbekommen, ohne dass die LivX App für Windows 10 abstürzt. Und das natürlich nicht mehr vor laufender Kamera. Unter Windows 10 Mobile wurde mir die Lampe aber dennoch nicht angezeigt. Und so komme ich zum Fazit dieses kleinen Smart Home Vergleichs. Obwohl LivX eine offizielle Windows 10 Universal App hat, ist die Einrichtung von Philips Hue deutlich, deutlich einfacher. Man steckt das Hub an, man verbindet es mit dem WLAN-Netzwerk, man installiert die App, auch inoffizielle Apps werden unterstützt und man hat auch unter Windows 10 eine große Auswahl. Alle Apps funktionieren gut damit und es ist wirklich super zuverlässig. Es ist ein System, das jeder Nutzer versteht, egal ob erfahren oder sehr unerfahren. Philips Hue ermöglicht den ganz einfachen Einstieg in die Heimautomatisierung und ist daher trotz der offiziellen Unterstützung durch LivX in diesem Fall unser Gewinner. Philips Hue braucht zwar keine extra Werbung, aber womöglich war dieser Vergleich für alle Windows 10 Nutzer interessant, die am überlegen sind, ob sie zum bekannten Riesen gehen oder dem Underdog mit der offiziellen App eine Chance geben. Unser Fazit ist aber klar, für das Smart Home mit Windows empfehlen wir Philips Hue. 2 2 3